Heiho, hier sind wir wieder, ba-da-bum-bum-bum. Und wir dürfen jetzt aus dem ollen Haus hier raus. Ja, richtig geraten. Und ich glaube, wir müssen doch jetzt... Okay, zum FBI. Aber warum? Warte. Das Handy von James. Wir müssen... Boah, ist kaputt. Ab da rein. Wieso ist es Nacht? Das ist mir sehr suspekt, dass es jetzt hier Nacht ist. Ich muss die Figur zum Depot bringen. Ja, ja, kein Problem. Ab da hin. Der goldene Kopf fehlt. Da muss ich nachhaken. Warum wundert's mich nicht? Guck mal hier, das war doch auch nicht offen. Der goldene Kopf fehlt. Da muss ich nachhaken. Ich werde prüfen, was Nick mit diesem Handy gemeint haben könnte. Bestimmt. Okay. An James' Kiste ran? Nee. Aber was? Wieso ist das hier offen? Und wie T.K. tummend, ich meine, ja, mein Bro, zu mir gesagt hat, das ist doch so offensichtlich. Oder was, Patrick? Irgendeiner meinte zu mir, das ist doch so offensichtlich, dass der Kopf wegkommt. Und ich so, nein. Bestimmt nicht. Nein. So. Wieso mitten in der Nacht und so? Oh, 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 oh. Ist Rooster? Ja, doch. Was ist mit dem goldenen Kopf aus dem Maklerhaus passiert, den ich im Depot abgegeben habe? Er wird auf Fingerabdrücke untersucht. Er kommt morgen zurück. Sind die Ergebnisse schon da? Hast du eine Ahnung. Viele Spuren aber nur von deinen Fingern. Oh, peinlich. Ich war furchtbar müde. Früher haben sie einem solche Sachen in Quantico beigebracht. Gnade, bitte. Ich mache nie wieder einen Schritt ohne sterile Handschuhe. Gut, dann wollen wir uns doch gleich mal sterile Handschuhe holen. Oder kommt jetzt auch gleich ein? Ich nehme es mit, nur für den Fall. Ja, genau. Wo haben wir? Unersetzbares Ausstattungselement. Äh, Handschuhe. Sehr nützliches Ding. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Eine Falllampe. Ich nehme es mit, nur für den Fall. Ich lasse mich jetzt hier zu, Paula. Sonst war doch noch was. Sehr nützliches Ding. So, jetzt, jetzt war hier nichts mehr. Hätte man das die ganze Zeit nehmen können, war ich nur. So, kann man jetzt nochmal mit ihr reden, ja? Schätzchen, ein Augenblick. Ich muss dringend was erledigen. Gut, wir gehen dann mal zum Bass. Ich betrete das Büro vom Chief nur, wenn ich wirklich muss. Aha, sie muss also nicht. Dann gehen wir mal an unseren PC. Wenn da schon so auffälliges Licht leuchtet. Oder sonst? Ja, ähm. Ja, hä? Verstehe ich jetzt nicht. Wieso kann man da... Das ist ein neues Büro. Ja, wissen wir. Verstehe ich nicht. Ja, dann gehen wir mal rüber ins Labor. Weil wir wollen ja bestimmt, dass die vom Labor... Oder wir wollen bestimmt das Handy auch was untersuchen. Oder? Äh. Blutuntersuchungs... Hier sind die Blutgruppen und DNA Analysen der restlichen Opfer. Okay. Sehr nützliches Ding. Das hört man doch nicht einfach mit. Hier sind die Blutgruppen und... Blutgruppen und DNA Analysen der restlichen Opfer. Ja. Okay. Na. Ach. Ja. Ich nehme es mit. Nur für den Fall. Verstehe ich jetzt nicht. Das ist keine gute Idee. Nein, das war keine gute Idee. Okay. Aber warum habe ich da jetzt so eine Einzelne drinnen? Oh je. Hey. Das... das ist sehr fremdlich finde ich. Also... was ist hier? Ja, super. Pause. Danke. 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 Und jetzt, ihr seid ein zweiter Tag. Ja. Meine Mama ist reingekommen. Was ist hier? Oh, Nix zum Lesen für uns? Was ist denn? Ich hätt jetzt gedacht, wir müssen hier irgendwas mit dem Handy. Bestimmt. Das war eine dumme Idee. Dann einfach mal zu Dings gehen. Gehen wir doch einfach mal zu Ruhm. Was macht man denn damit? Wir wissen das ja nicht. Wir sind neu. Mit Perwolke waschen und so. Das ist keine gute Idee. Schätzchen, ein Augenblick. Ein Augenblick. Aber sonst. Was? Hä? Ich kann es nicht glauben. Ja, du kannst es nicht glauben. Wenn wir uns... Nee. Hm. Hm. Sollen wir vielleicht was anderes machen? Ich sollte noch etwas tun. Aber was? Diese Sachen passen nicht zueinander. Vielleicht einfach mal hier rüber. Diese Sachen passen nicht zueinander. Proben und Beweise sollte ich nur mit solchen Handschuhen sammeln. Daraus wird nichts. Wieso? Daraus wird nichts. Äh, verstehe ich nicht. Wenn wir jetzt schon das Zeug da haben, ne? Zu hoch. Gordischer Knoten nach dem Besuch von Alexander. Und da sollen wir jetzt was machen mit? Ein Kabel. Ja, sehe ich auch. Ja, toll. Aber sonst? Was soll man denn damit machen? Ja, komm hier. Zack. Äh, geht das? Was würde Nick an meiner Stelle tun? Auf jeden Fall nicht das, ne? Ach, apropos, ich brauch gar nicht, warte mal, auf der, auf der Notiz, stand da nicht was drinnen? Wieso ist die Notiz nicht mehr hier? Stand da nicht was drinnen mit James' Nummer? Ja. Danke. Äh, aber wenn ich James' Nummer nehmen würde, das könnte doch sein. Genau. Das machen wir. Hat sie die so? Nein, sie hat sie die nicht so. Ähm. James' 2-0-0-File 3-0-2-Pleus in your... La, la, la. Steht hier aber noch ne richtige Nummer von James? Da müssen wir's ja probieren, ne? Also, ich würd denken... Zwei mal die 0 3, 0, 2 Probieren wir es. Ist aber viel zu kurz. Nee. Nee, nee, nee. Hm. Dann... Weiß ja nicht, wir könnten ja da an den Kabel. Und wenn wir das können... ...müssen wir wohl... ...bei unserer guten alten Schneiderin vorbei. Ja, komm. Magnetkarte. Gut, dann... ...die Hand ist super, die Hand ist toll. Also Patrick ist ja der Meinung, dass die Schneiderin... ...unersetzbares Ausstattungselement. Dass die Schneiderin... ...so überhaupt... ...also... ...komischerweise... ...das brauche ich jetzt nicht. Äh, die Hände der anderen geschmeidert haben sollen. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die hat sie wohl eher zerstückelt. Also... Wo könnte ich ein kleines Bündel abschneiden? Ich weiß nicht, vielleicht hier. Unersetzbares Ausstattungselement. Also, und... ...das würde ich dann mal als Kalt an Sandy binden. Einfach nur mal... ...weil wir es können. Weil sie eben trotzdem herausfällt. Was würde Nick an meiner Stelle tun? Also, ich weiß ja nicht, was Nick machen würde. Weil ich würde... Ich würde das... ...an... ...an das hier machen. Das war eine dumme Idee. Ach, anders zu. Es ist mir gelungen, sie sauber zu kriegen. Ach so. Da rein. Was würde Nick an meiner Stelle tun? Das erstmal zur Seite. Wann werden diese Leitern endlich ver... Äh, im Labor. Ich dachte, wir müssen für sowas Handschuhe anziehen. Äh, dann haben wir ja dies. Was soll ich damit tun? Erstmal da rein? Erstmal da rein. Und dann analysieren. Würde ich den. Also... So, was habe ich noch mal gedacht. Vielleicht soll das... Das ist keine gute Idee. Dann weiß ich es nicht. Ja, ähm... Ja, ähm... Übrigens, das... Diese Schere da ist auch gar kein Beweismaterial gewesen. Okay, bye bye, chü-chü-chü.